Hallo ihr Lieben, vielleicht ist die Grundthese, auf der ich auch ständig rumreite und die ich irgendwie auch totreite, eigentlich ganz einfach, ist mir gerade gekommen und zwar, menschliche Beziehungen brauchen einfach, damit sie gut sind, extrem viel Pflege und das gilt auch oder sogar in ganz besonderem Ausmaße für Gesellschaften, die ja nochmal was anderes sind als Gemeinschaften. Es gibt da einen ganz spannenden Artikel, der referiert auf den eher kontrovers gesehenen Anthropologen und Primatologen Robin Dunbar, das ist der mit der Dunbar-Zahl und in der Forschung wird mittlerweile vieles auch skeptisch gesehen, was der Dunbar so macht und was er so erzählt und wie er auch seine Forschungsergebnisse interpretiert, aber es gibt trotzdem so spannende Impulse, die aus der Ecke kommen und die gehen halt in die Richtung, dass einfach ganz platt so Wesen, die so sind, wie wir extrem viel Zeitaufwand betreiben müssen für Beziehungspflege. Und das Problem, das wir dann haben, ist eigentlich eher einfach so in die Richtung, dass wir das nicht machen, weil wir glauben, wir müssten es nicht machen, es würde auch laufen ohne, wir müssten da nichts tun und das ist irgendwie auch entschuldbar, weil wir Menschen sind im Kern auch sehr faule Wesen, wir sind ökonomische Wesen, wir versuchen uns Aufwand zu sparen, wo wir nur können. Wenn wir also den Eindruck haben, wir müssen Beziehungen nicht pflegen, damit es gut ist, dann pflegen wir sie nicht, weil wir denken, es ist nicht nötig. Das ist aber ein Irrtum. Und leider, wie bei vielen heutigen Problemen ist es so, dass Ursache und Wirkung leider zeitlich auseinander liegen, so weit auseinander liegen, dass sich der Zusammenhang uns nicht unmittelbar intuitiv erschließt. Das heißt, wir tun heute etwas nicht und morgen haben wir ein Problem und dann sehen wir noch nicht mal den Zusammenhang zwischen unserer Unterlassung und dem Problem, was wir morgen dann haben. Also wenn dann morgen ist, ist noch nicht mal gesagt, dass uns das zu denken gibt und eine Erkenntnis auslöst, dass man vielleicht doch mal mehr machen sollte. Das kennt man auch aus dem privaten Bereich. Es gibt ja auch Beziehungen, die auseinander gehen, nicht weil wahnsinnig schlimme Dinge vorgefallen sind, sondern einfach, weil man nicht genug Positives erlebt hat zusammen, weil man die Beziehung nicht gut genug gepflegt hat, weil man dachte, läuft ja, muss ja nichts machen. Wenn es dann zu spät ist, also die Beziehung ist in die Brüche gegangen, oft auch auf sehr schmerzhafte Weise, ja, das Tischtuch ist zerschnitten, man kann sich nicht mehr in die Augen sehen, ja, so diese Variante. Und selbst dann oft reift nicht die Erkenntnis, dass das, was gefehlt hat, eigentlich das Gute war, was man nicht gemacht hat. Also, dass man die Beziehung halt nicht hinreichend gepflegt hat und das ist also auch nicht unbedingt wahnsinnig drastische, was weiß ich, Vertrauensverletzungen gegeben haben muss. Ich wurde betrogen oder so oder ich wurde belogen oder sonst was, sondern dass es manchmal auch einfach das ist, was wir nicht getan haben, sondern sogar in der Regel das ist, was wir nicht getan haben, was die Beziehung hat in die Brüche gehen lassen. Und meine vielleicht arg einfache These ist, das Gleiche gilt für menschliche Gesellschaften als Ganzes. Also, was wir so noch nicht richtig realisiert haben, ist, wie viel Beziehungspflege auch und gerade und besonders komplexe, dynamische, in sich differenzierte menschliche Großgesellschaften benötigen. Also, wir sind sozusagen einfach aufwandstechnisch unter Niveau unterwegs. Wir pflegen Beziehungen nicht in dem Ausmaß, wie es aber nötig wäre, damit eine gute Gesellschaft entstehen kann zwischen uns. Wir sind also, unser Fehler ist eigentlich der Fehler einer Unterlassung. Diese Unterlassung ist aber deswegen menschlich, weil wir halt ökonomische Wesen sind. Also, wenn wir denken, wir müssen es nicht tun, machen wir es nicht. Wenn wir denken, wir können uns den Aufwand sparen, dann machen wir es nicht. Und die Folgen unserer Unterlassung ereilen uns halt immer mit Zeitverzögerung, erst später. Und weil da praktisch das nicht unmittelbar gekoppelt ist, also sozusagen Ursache, Wirkung liegen zeitlich nah beieinander, erschließt sich uns das nicht unmittelbar. Also, wir haben sozusagen nicht, wir kriegen das noch nicht mal mit, was eigentlich genau falsch gelaufen ist. Wir sind dann überrascht und dann rechnen wir im Grunde auch die Folgen falsch zu. Also, selbst wenn wir dann die Folgen erleben an der eigenen Haut, am eigenen Leibe, selbst dann reift nicht immer automatisch die Erkenntnis, weil die Ursache, was da eigentlich schiefgegangen ist, liegt zeitversetzt in der Vergangenheit. Und das ist so ein Grundproblem, was wir halt heutzutage bei vielen Themen haben. Überall, wo Ursache und Wirkung weit auseinanderliegt, sind wir nicht sonderlich erkenntnisfähig und nicht sonderlich lernfähig, wir Menschen. Das ist menschlich, aber leider ein Riesenproblem für uns heute. Und das zentrale Problem, auf dem ich so umreite, ist also die aus meiner Sicht unterirdische Qualität unserer Gesellschaft, und zwar die unterirdische Beziehungsqualität. Und meine steile, aber auch irgendwie arg einfache These ist einfach, wir betreiben nicht genügend Beziehungspflege. Wir betreiben nicht den Aufwand, der nötig ist, damit gute Gesellschaft überhaupt entstehen kann. Und dieser Aufwand lässt sich aber institutionalisieren. Und dann kommt halt die Zusatzthese, genau dazu war Politik mal da, genau dazu war Demokratie mal da, genau dazu wurde sie von den ollen Griechen mal erfunden. Also ich interpretiere die Erfindung des Politischen und die Erfindung der Demokratie bei den ollen Griechen als eine Erfindung einer künstlichen Form von Beziehungspflege, als künstlich erschaffenes Beziehungssystem, weil halt mein Blick auf die Institution, die die Demokratie letztlich ausgelöst hat, oder ihr zentraler Bestandteil war die kleistinische Reform, bei näherem Hinsinn eigentlich ein Beziehungssystem stiften, das es so vorher nicht gegeben hat. Man hat also die Bürger Athens in einer neuartigen Form miteinander in Beziehung gebracht, die vorher so nicht da war. Und so kommt meine Interpretation zustande, dass eben Demokratie eigentlich eine Form von Beziehungspflege ist, was aber die Neuzeit nicht so richtig verstanden hat. Und das matcht gut oder harmoniert gut mit Thesen, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, nämlich zum Beispiel eben von so komischen Primatologen und Anthropologen wie zum Beispiel unter anderem Robin Dunbar. Aber da gibt es noch viele andere mehr, eben Brian Hare, Franz de Waal. Wenn man sich anschaut, was die so über den Menschen zu sagen haben, das geht alles in die gleiche Richtung. Und wir betreiben einfach zu wenig Aufwand. Wir glauben, es geht auch ohne. Wir können nebeneinander herleben und das könne irgendwie gut gehen. Wir müssen unsere Beziehungen in der Gesellschaft nicht pflegen, nicht als Gesamtgesellschaft. Wir müssen nicht zusammenkommen, wir müssen uns nicht begegnen, wir müssen keine Gespräche miteinander haben, aber trotzdem könne es gut gehen. Und aus Sicht eben von so nicht ganz wenigen Anthropologen und Primatologen sieht das gar nicht so aus. Ist nicht plausibel, nicht naheliegend, was wir tun. Also würden wir das ernst nehmen, was auch diese Forschung eben sagt, dann müssten wir ganz anders investieren in Gesellschaft. Müssten wir ganz anders investieren in Kontakt, in Gespräche. Und zwar eben nicht von wenigen, sondern aller mit allen. Wir brauchen das beständige Gespräch aller mit allen. Und das kommt nicht von alleine zustande, das muss man institutionalisieren. Und genau diese Institution ist die Demokratie eigentlich oder ursprünglich. Und genau diese Institution ist das politische eigentlich und ursprünglich. Also eine Investition in gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber die halt mit beträchtlichem Aufwand einhergeht für alle. Für alle, nicht für einige wenige. Also die Form der Moderne, ein paar wenige machen Politik, ist eigentlich ein Unding. Ja, da haben wir einfach was ganz komisches erfunden in der Neuzeit, dass wir auf die Idee gekommen sind, Politik zu professionalisieren. Das ist alles andere als naheliegend, auch wenn es uns heute als normal erscheint, weil wir uns daran gewöhnt haben. Aber eigentlich ist das sachlich nicht naheliegend. Sachlich müsste Politik immer Laien-Sache bleiben und darf nicht professionalisiert werden. Was nicht heißt, paradoxerweise, dass wir keine Berufspolitiker bräuchten. Aber die brauchen wir gerade nicht für die eigentlich politische Arbeit, also dafür gesellschaftlichen Zusammenhalt, herzustellen und aufrechtzuhalten. Berufspolitiker brauchen wir eher als Ausführende, als Dienstleister, als Exekutive, aber nicht für die politische Arbeit. Die politische Arbeit muss in unseren Händen liegen. Die müssen wir alle hübsch selber machen. Und wir alle, heißt wirklich wir alle. Da müssen alle involviert sein. Alle müssen mitmachen. Sonst funktioniert es nicht. Und das ist dann eigentlich ein System konstanter Beziehungspflege, institutionalisierter Beziehungspflege, systematischer, systemischer Beziehungspflege, die wir halt verfassungstechnisch, verfassungsmäßig herstellen. Und das machen wir bisher nicht. Meine These ist, daraus gehen eigentlich unsere zahlreichen heutigen Probleme hervor. Also die Probleme, die wir als Gesellschaften heute haben, haben als Quelle fehlende Beziehungspflege. Und wie gesagt, man kann sich nochmal anschauen, was der olle Robin Dunbar da sagt. Andere Primaten, die uns gar nicht so unähnlich sind, investieren keinen geringen Teil ihrer Tageswachzeit in Beziehungspflege und in einen Aufwand, der letztlich dazu da ist, die Gruppenharmonie und den Gruppenzusammenhalt zu stärken. Das machen Affen die ganze Zeit. Wir machen es nicht. Und das hat Folgen. Das bleibt nicht folgenlos. So meine komischen Thesen, die vielleicht etwas verspult sind oder ein bisschen arg einfach sind, aber irgendwo, irgendwo habe ich so das Gefühl, da ist was dran, verdammt nochmal. Leider. Und das heißt halt, wir können nicht so faul und untätig bleiben wie bisher. Wir müssen da was machen. Wir müssen mehr machen für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aber das können wir nicht professionalisieren. Das können nicht andere für uns machen. Wir müssen es selber tun. Wir müssen es alle selber tun. Wir müssen alle selber Politik machen. Alle gleich viel. Keiner von uns mehr. Keine von uns weniger. Ceterum censio. Isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politie, die Demokratie gelost werden muss.